Wir eröffnen hier offiziell die große Klimadiskussion, denn wir, wir haben die Klima erfunden. Und wir haben die Klimadiskussion erfunden. Ja, und wir haben den Ärger damit. Und wir organisieren auch die Wandeln. Das ist eine Hundearbeit. Weißt du, warum es heißt, klimatische Irritationen? Das ist ganz einfach. Ja, steht das hier? Das Klima, das steht nicht da, das sage ich dir jetzt. Das Klima irrt sich. Es ist irritiert. Und jetzt fängt es an, uns zu irritieren. Wir haben gemessen seit vorindustriell ungefähr 0,8 Grad globale Erwärmung. Das klingt sehr, sehr wenig. Es ist aber doch sehr, sehr viel. Wenn Sie bedenken, das, was uns trennt von der letzten Eiszeit, 10.000 Jahre ist es her, das sind ungefähr 4 bis 6 Grad Minus gegenüber heute. Nur durch gemeinsames Vorgehen kann den Folgen des Klimawandels begegnet werden. Jeder kann dazu etwas beitragen. Schönes Wetter. Hol die Bolze aus dem Schraub, leg die Fülle aus der Hand. Die Geunrups, es war alles gefängt. Der Rollstuhl aus Bipserf. Und das mit deinem Finger, alles geklebt. Und das mit deinem Gangbip, gehörte alles zur Schau. Ganz unter uns, ich hab dafür auch Jahre gebraucht. Und 1964 wurde dann hier in diesem Tagebau der erste Kohlenzug gefüllt und 1991 der letzte. Aber das ist eine blaue Himmelsfalte, eine Morphofalte, das ist eine Edelfalte, eine außergewöhnliche Exemplar. Das ist mindestens 1.000 Jahre alt. Ich habe noch nie so ein Exemplar gesehen. Es ist so fantastisch. Es ist eine außergewöhnliche, wirklich, wirklich außergewöhnliche Exemplar. Eine kleine Moment, ich muss telefonieren. Kann ich das nicht über mich alleine machen? Moment, Moment. Kann ich das nicht über mich alleine machen? Moment, Moment, bitte, ich muss telefonieren. So, yes, Mr. President, yes. Aber Schammeri, an der Schammeri, an der Schammeri ist ein Morphofalte. Yes, August Malimbo. Yeah. Yes, Mr. President, yes. Yes, yes, we can. Yes, yes. Okay, fine, thanks. So, August Malimbo, dieser Exemplar ist so außergewöhnlich, das darfst du nicht für dich alleine behalten. No, 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 no. Nein, Moment, dieser Exemplar ist mit sofort gewirkt und beschlagnahmt. Kann man sich angestrengt in Szene setzen, halberheiligen, unterschätzen und weiter rechts. Ich komme hier.